So Dalle Bastelzeit und heute geht es mal wieder ein bisschen um Audio und zwar das hier. Das ist mein Headset. Kann man jetzt hier natürlich auf dem schwarzen Tisch schwer sehen. Machen wir das mal ein bisschen heller. So ist das besser. Das ist das Headset mit dem ich normalerweise hier meine Audioaufnahmen mache. Wir sehen hier das kommt so irgendwie hinter den Kopf und dann haben wir hier den Bügel, der entsprechend Richtung Mund geht und das Ding nimmt dann auf. Wir sehen allerdings auch das Ding ist recht groß, recht störrig, ist entsprechend hier mit diesen Hartplastik auch an der Seite nicht unbedingt angenehm zu tragen. Audioqualität ist natürlich schön, gerade auch dadurch, dass das ein Kondensatormikrofon ist, aber ansonsten, naja, hier hinten die Kabel, die gehen relativ einfach raus und wie gesagt trägt sich nicht so schön und naja, es ist auch schwarz. Es ist so nicht unbedingt dezent. An der anderen Seite vom Headset, da finden wir das hier. Das ist ein kleiner Stecker, der nennt sich üblicherweise Mini XLR. Ist also ein XLR System. Die Systeme mit XLR, die sind ein bisschen weniger anfällig für Störungen. Wir sehen hier drei Pins. Das Ganze ist aber ein Monomikrofon. Das hat damit zu tun, dass hier üblicherweise das Audiosignal symmetrisch übertragen wird. Ob es hier der Fall ist, bin ich mir nicht so sicher, aber der Stecker ist halt auch etwas zuverlässiger. Von daher nehme ich den. Dieser Stecker, der muss aber natürlich auch irgendwo noch rein und üblicherweise ist das bei mir dann das Ding hier. Das ist der TESCAM DR40, den ich hier üblicherweise zum Aufnehmen benutze. Hätte ich auch schon mal ein Video gemacht. Ist ein schönes Ding, aber wenn wir auf der Unterseite gucken, naja, da haben wir ja unsere Mikrofonanschlüsse für Line und XLR, aber naja, das passt halt nicht. Mini XLR und XLR, das geht nicht gut. Prinzipiell sind die elektrisch eigentlich kompatibel. Das heißt, man könnte hingehen und könnte jetzt einen passiven Adapter benutzen. Das heißt also einfach Mini XLR auf XLR umsetzen, einfach mit einem Kabel. Leider klappt das nicht so gut, denn dieses Mikrofon hier, das benötigt eine Spannungsversorgung. XLR selber kann zwar theoretisch 48 Volt Phantomspeisung ausgeben, aber hier diese kleineren Mikrofone, die arbeiten meistens mit kleineren Spannungen. Irgendwas los geht es teilweise bei drei, vier Volt schon. Meistens dann so neun, zehn, elf, zwölf Volt. Und ja, das muss man natürlich hinkriegen. Und bei dem Headset hier war dann das hier dabei. Das ist ein sogenannter Speiseadapter. Der holt die 48 Volt vom TESCAM und kann das dann umsetzen auf die nötige Spannung für das Mikrofon. Und ja, gleichzeitig sehen wir hier ja schon, wir haben hinten den Mini XLR zum Mikrofon, vorne XLR. Also der kümmert sich dann auch gleich darum, dass der Stecker oder die Buchse in dem Fall in die richtige Richtung geht. So einen ähnlichen Speiseadapter, den hatte ich damals auch schon mal DIY gemacht. Und zwar ist das dieser hier. Wir haben auf der einen Seite die XLR-Buchse, wir haben innen drin ein bisschen was an Elektronik, um die Spannung auf den passenden Bereich zu bringen. Und auf der Rückseite haben in dem Fall eine Klinkenbuchse, wo ich ein anderes Headset angeschlossen hatte. Dieses Headset, das sah ungefähr hier so aus. Ist ein bisschen leichter, ist ein bisschen angenehmer zu tragen und durch die Farbe fällt es jetzt auch zumindest bei meinem Schädel nicht ganz so stark auf. Allerdings muss ich auch gestehen, dass hier sind günstige Dinger aus der Restekiste. In den meisten Fällen ist das kein Problem. Die Audioqualität ist meistens einmal noch okay und dafür hat man halt einen vernünftigen Preis. Denn hier so ein Mikrofon oder Headset, wie ihr es gerade seht, wenn man das von einem Markenhersteller holt, dann kann das durchaus mehrere hundert Euro kosten. Und naja, die Preisdifferenz, um ein bisschen besseren Tonpotenzial zu bekommen, ist es mir dann am Ende doch nicht wert. Die Sache ist aber, naja, ich hatte eins von denen mit dem Klinkenstecker und hatte jetzt mehrmals Kabelbruch, bin das Kabel immer wieder am Flicken, aber das ist natürlich nervig. Wenn ich das Kabel am Flicken bin, habe ich nur das große Headset, was zwar gut ist für kurze Aufnahmen, aber wie gesagt, bei langen Aufnahmen nervt es ein bisschen. Von daher bin ich hingegangen und naja, da war was im Angebot und das seht ihr aktuell auch auf dem Tisch. Denn das Headset hier ist nicht das, was wir damals gesehen haben mit dem Klinkenanschluss, sondern ich habe zugegriffen und habe das hier geholt, was am Ende, Überraschung, ein Mini-XLR-Stecker da dran hat. Ah, er ist ja perfekt, ne? Insbesondere, weil hier das Mikrofon halt auch diese geringere Spannung braucht. Das heißt, ich kann im Prinzip hier den Phantomadapter vom anderen Mikrofon ja eins zu eins weiter benutzen und muss nicht bei meinem jetzt noch irgendwie die Buchse tauschen. Nö? Naja, das war der Plan. Leider geht dieser Plan in der Praxis nicht ganz so gut auf, denn dieses Mini-XLR, ja, das ist nicht so wirklich genormt. Bei XLR ist eigentlich recht klar, was wohin gehört, bei Mini-XLR leider nicht. Es gibt aber ein paar Sachen, nach denen man sich richten kann, denn es gibt zwei große Hersteller von Mikrofonen, die sich so ein bisschen durchgesetzt haben. Das ist einmal die Firma Shure und einmal die Firma AKG. Fangen wir mit AKG an. AKG sieht eigentlich genauso aus wie das, was wir hier in der Hand haben und normalerweise haben wir da die linken beiden, das heißt die Pins 2 und 3 kurzgeschlossen und auf der 1 haben wir den Schirm, der dann entsprechend genutzt wird. Bei Shure sieht es ein bisschen anders aus. Da haben wir auch oben rechts den Schirm, allerdings zwischen 3 und 2 haben wir keinen Kurzschluss, wo das Audio mit rausfällt, sondern wir haben einen 2,2 Kiloohm. Oben links steckt das Audio drin, unten ist der sogenannte Bias-Pin. Aber Shure hat normalerweise nicht hier diesen 3-Pin-Verbinder, sondern einen 4-Pin, das heißt in der Mitte haben wir auch noch einen. Der wird zwar nicht belegt, aber daran kann man die eigentlich erkennen. So, also wir wissen jetzt, die sind alle irgendwie unterschiedlich, also gehen wir mal auf die Suche, was denn hier was ist. Beim neuen, dem hellen Mikrofon ist es relativ klar, da steht nämlich in der Beschreibung drin, dass das AKG kompatibel wäre, also sollte passen. Bei dem dunklen Mikrofon, wo auch der Speiseadapter her ist, da steht das nicht in der Beschreibung. Ich habe also mal den Support angehauen, weil das ist ein deutscher Hersteller, der eigentlich dafür bekannt ist, dass er guten Support hätte. Ich habe mal nachgefragt hier, wie sieht es aus, Leute? Ist das kompatibel mit dem AKG-System oder habt ihr da was eigenes? Habt ihr eventuell irgendwie ein Datenblatt, wo ein Pinout drin ist? Zurück kam eine nur so mäßig freundliche Antwort nach dem Motto, ist doch 3-Pin, natürlich ist das dann AKG-kompatibel. Naja, Antworten habe ich ja jetzt, beides sollte mit AKG-kompatibel sein, also sollte ich auch beides mischen können, oder? Dass Dinge in der Praxis nicht funktionieren, die angeblich funktionieren sollen, ist ja nichts Neues. Entsprechend ist es jetzt wenig überraschend, was wir in der Praxis sehen. Wir klemmen das dunkle Mikrofon an den Speiseadapter an meinen Tascam an, also das, was alles im Set war, zumindest mikrofontechnisch, und das sieht hier so aus. Mal gucken, der dritte Balken von oben gesehen, der bei X steht, das ist mein Headset und da haben wir Signal. Kommt hin. Wenn wir jetzt aber auf das helle Mikrofon umklemmen, naja, da ist im unteren Bereich bei Extrur, das heißt, ich habe nur die Tonaufnahme von den internen Mikrofonen von meinem Rekorder, das Headset selber gibt kein Audio. Das ist natürlich jetzt unschön. Das heißt also, einer von den beiden Mikrofonherstellern, der hat mich da ein bisschen übers Ohr gehauen. Meine erste Vermutung wäre jetzt, okay, der vom Hellen, weil die kommen halt vom Billig Shop und der verkauft alles zwischen Hochzeitskleidern und Studiomikrofonen. Von daher, wenn die da AKG-kompatibel in den Text reinschreiben, bin ich mir nicht hundert Prozent sicher, ob die die nötige Kompetenz haben, so was zu machen. Aber wir sind ja gerade schon auf die Schnauze gefallen, weil wir uns auf irgendwelche Herstellerangaben verlassen haben und wir wissen ja, wenn es vernünftig sein soll, dann macht man das Ganze selber. Also packen wir mal unser Multimeter aus und gehen auf die Suche. Fangen wir mal mit dem dunklen Mikrofon an. Und wenn wir jetzt hier mal gucken, wir haben hier oben den Pin-Nöppel und wenn ich da mal dran gehe, sagen wir mal, was holen wir? Holen wir mal den Pin hier oben, das ist die Nummer 3 und gehen damit zur Nummer 2. Da sollte eigentlich ein Kurzschluss sein und ja, wir sehen 1,5 Kilo Ohm. Das ist weder der Kurzschluss noch die 10 K, die wir sehen. Wenn wir auf den anderen Pin gehen, also zwischen 2 und 1, da sehen wir auch 1,5 Kilo Ohm. Okay, seltsam. Und die oberen beiden, die, hm, ein Kurzschluss. Soviel zum Thema AKG-kompatibel. Offensichtlich ist es das nicht wirklich. Jedenfalls nicht mit dem, was ich unter der Bezeichnung kenne. Gut, prüfen wir noch mal zur Sicherheit das andere Headset hier. Und wenn ich da zwischen den oberen beiden gehe, da haben wir 1,1 Kilo Ohm, 1,2 Kilo Ohm, also wahrscheinlich was mit Audiosignal. Von der 1 auf die 2 runter, was haben wir da? Da ist gar nichts zu messen. Und von der 2 auf die 3 hoch, was haben wir da? Auch hier ist nichts zu messen. Also prinzipiell das Audiosignal und Schirm sind an der richtigen Ecke. Aber zu 2 runter fehlt der Kurzschluss oder der 10 Kilo Ohm Widerstand. Das heißt also, auch der ist nicht 100% kompatibel mit dem, was ich unter AKG kenne. Ja, gut. Also ich habe jetzt zwei Geräte, die beide behaupten, sie wären kompatibel und beide den Standard eigen interpretiert haben. Das ist natürlich nicht gut. Nur ist es so, dass ich den Speiseadapter eher nicht umkabeln werde. Das heißt also, wenn wir den Speiseadapter so lassen, können wir auch das dunkle Mikrofon so lassen. Das setze ich dann jetzt mal so als meinen Standard. Der helle ist also derjenige, der irgendwie anders muss. Jetzt könnte ich natürlich einfach das Kabel abschneiden und das irgendwie im Kabel nochmal umkodieren, sodass wir die Pins an der richtigen Stelle haben. Das war auch meine erste Idee, aber ich möchte möglichst das Kabel ganz lassen. Eine andere Idee wäre, die mir erst später gekommen ist, naja, ich könnte den Stecker auseinander nehmen, denn die MiniXLR, die sind relativ modular. Die kann man gut auseinander bauen, umbauen und wieder zusammenstecken. Das würde funktionieren, aber ich habe mehrere von denen gekauft und dann müsste ich es bei allen machen. Von daher auch nicht unbedingt die schöne Methode. Das, was ich stattdessen gemacht habe, ist das hier mir organisiert. Das ist, wie wir sehen können, eine Tüte mit diversen MiniXLR Sachen. Und zwar sind das Stecker und Buchsen. Ich kann also was haben, was ich in meinen Speiseadapter bekomme und etwas, wo ich mein Mikrofon reinstecken kann. Und mein Plan ist relativ einfach. Wir nehmen eine Buchse und einen Stecker und bauen uns ein Adapterkabel, sodass ich dieses Adapterkabel in den Speiseadapter machen kann und hinten dran dann mein Headset dran machen kann, ohne dass ich an dem irgendwas umbauen muss. Wir sehen auch hier, die gehen schön einander, halten auch gut. Man muss hier drücken, um die zu entriegeln. Das ist das, was ich eben meinte, dass diese Stecker zuverlässiger sind. Und ja, passt beides. Beides 3-Pin. Also zumindest mal der Standard, der wird halbwegs eingehalten. Und was wir machen können, ist hier jetzt mal aufdrehen. Wir sehen hier schon, wir haben so eine Tülle außenrum, jeweils natürlich. Dann haben wir hier das Ding, was so ein bisschen hoch steht. Das ist das Ding für Erdung und für ein bisschen Zugentlastung. Wenn wir das rausholen, dann haben wir dahinter noch ein Plastikteil, wie es aussieht. So ein bisschen rausdrücken und ihr seht, der lässt sich von vorne drücken, sodass auch dieser ganze Kontaktblock da nach hinten rausfällt. Und so sieht das Ganze dann aus. Wir haben das Plastikteil, das weiße, was hier liegt und dann der eigentliche Kontaktteil plus am Ende das Gehäuse vom Stecker vorne. Dasselbe geht natürlich auch bei der Buchse. Da sieht es ähnlich aus. Auch hier haben wir hinten diesen Strain Relief, also die Zugentlastung und Erdungsdingen da. Dahinter da kommt dann das hier. Auch wieder das weiße Plastikteil, was so ein bisschen Schutz ist für die Lötstellen und dann der eigentliche Kontaktblock und das Gehäuse, in dem Fall von der Buchse. So, muss man ein bisschen rumhantieren. Die haben so ein Key, dass man die nicht falsch rum einsetzen kann. Und diese vier Teile machen dann jeweils, oder fünf sind es ja mit der Tülle oben, die machen dann jeweils so eine Buchse oder einen Stecker aus. So, ich denke, wir haben dann soweit alles zusammen. Was wohin gehört, ist auch klar. Wenn wir uns die Stecker nebeneinander legen, können wir einfach sehen, wir müssen den Schirm natürlich eins zu eins weiter verbinden und die Signalleitung dann jeweils miteinander verbinden, sodass das auch passt. Das Kabel ist natürlich nur nutzbar hier für die Mikrofone oder für alle anderen, die eine ähnliche Belegung haben. Aber fürs Erste müsste das hoffentlich so gehen. Aber das ist ja genau das, was ich jetzt für die Headsets brauche, die hier liegen. Als Kabel habe ich einfach hier so ein altes Cinch Audio Kabel geholt. Das ist sicher nicht die beste Wahl, weil es deutlich zu dünn eigentlich ist. Aber es ist zumindest koaxial ein bisschen und naja, für die kurze Strecke wird es reichen. Wie gesagt, die Mikrofone selbst sind schon nicht die besten. Von daher, das schlechte Kabel macht dann auch nicht mehr so wirklich was aus. Also, das Ganze zusammenbauen, entsprechend die Kabel einlöten. Vorher natürlich daran denken, die Tülle und so drüber zu ziehen. Beim ersten kann man es natürlich noch nachträglich machen, beim zweiten nicht mehr. Da muss man es auf jeden Fall dran haben. Dann den ganzen Kram wieder zusammenbauen. Dabei aufpassen, dass entsprechend dann auch die Schirmung zum Beispiel an der richtigen Stelle ist, wenn das relevant ist. In meinem Fall ist es eigentlich egal, weil der Testcamp ohnehin keinen Metallstecker hat. Aber hey, sicher ist sicher. Das Ganze wiederholt man dann gegebenenfalls beliebig oft, wenn man irgendwie den Stecker verdreht hat und das falsche Pinout angelötet hat. Aber am Schluss sollte man dann sowas hier haben. Ein fertiger Stecker, der halt genau das macht, was gerade gebraucht wird. Nämlich das Pinout vom Speiseadapter, der hier liegt, umsetzen auf entsprechend das Pinout von den Headsets, die hier liegen. Und wenn wir anklemmen, können wir offensichtlich sehen, dass das Ganze funktioniert. Danach zu urteilen, dass ihr mich nämlich die ganze Zeit hört. Ich denke, der eine oder andere hat es gemerkt, ist ein bisschen mehr im Rauschen als sonst. Das liegt jetzt unter anderem an diesem Mikrofon, was ich gewechselt habe. Und dieses Konzept, was ich jetzt gerade gezeigt habe, Buchsen, Stecker holen und mit ein bisschen Kabel einen Adapter machen, der rein passiv arbeitet, den kann man eigentlich überall da einsetzen, wo man irgendwie was hat, was theoretisch elektrisch identisch ist oder nah dran ist, aber vom Stecker her nicht passt. Und das, wie man hier sieht, auch bei Sachen, die man jetzt wahrscheinlich nicht im Geschäft kaufen kann. Denn ich glaube, im Geschäft werde ich nichts finden von diesem eventuell Sonderfall von MiniXLR auf einen anderen Sonderfall von MiniXLR. Das Ganze geht dann auch für andere Sachen. Zum Beispiel habe ich hier noch irgendwelche alten DIN-Buchsen von ganz alten Audioanlagen, wo dann Klinkenstecker dran ist. Oder auch Kabel, die einen USB-Stecker auf eine RJ45-Stecker umsetzen, um das ganze Signal über eine Netzwerkleitung zu schleifen. Das sind alles Zwecke, da muss man sich schon sehr anstrengen, um das wirklich irgendwo im Laden fertig zu finden. Insbesondere beim USB, weil es halt außerhalb der Spezifikation ist und gar eigentlich gar nicht funktionieren dürfte. Aber es ist in vielen Fällen halt technisch möglich. Und wenn man sich das selber baut, hat man halt genau den einen Adapter, den man braucht. Und vor allen Dingen, man hat ihn direkt da und muss nicht noch warten, bis das irgendein Obscura-Händler das Ding einem liefert. Ist natürlich im Zweifelsfall auch mit Risiken verbunden. Hier sehen wir ja zum Beispiel ist dasselbe Buchse am Schluss. Das heißt, da kann man Dinge falsch einstecken. Aber naja, das habe ich halt hier beim Original auch. Von daher ist das für mich kein so großes Problem. Im Zweifel solltet ihr aber hingehen und irgendwie ein Beschriftungsgerät holen und drauf machen auf Stecker und Buchse. Wie ist denn die Belegung? Wofür ist das Kabel? Und so zumindest ein bisschen Überblick behalten bei dem, was bei euch so zu Hause rumfliegt. Gut, ich habe jetzt hier wie gesagt mein Headset. Offensichtlich funktioniert es. Ich werde mir wahrscheinlich noch einen von diesen alten Speiseadaptern auch noch mit einer Buchse ausstatten, dass ich den parallel nutzen kann, falls da mal der Bedarf ist. Und ansonsten, hey, ich habe wieder ein Ersatzmikro, falls irgendwie das andere kaputt ist. Und auch wenn das Konstrukt jetzt nicht unbedingt so schön aussieht, ich glaube, wir hören, dass es das tut, was es soll.